Kalingrad City Jazz, zwei Prominente auf der Bühne. Kalingrad City Jazz ist eines der populärsten Musikveranstaltungen im Ostseebereich. Das Festival war unter der Bezeichnung Donchento Jazz bekannt geworden. Gründer und Organisator ist der bekannte Kalingrader Unternehmer Wladimir Katzmann, vielen auch bekannt als Restaurantpapst in Kaliningrad. Wladimir Katzmann komponiert auch selber und so traten der Kaliningrader Gouverneur Anton Alichanov an der E-Gitarre und Wladimir Katzmann am Flügel am Sonntag während eines Konzertes mit dem Titel Night Train aus dem Jahre 2006 gemeinsam auf. Das 8. Internationale Musikfestival Kaliningrad City Jazz fand vom 3. bis 5. August im Kaliningrader Zentralpark statt. Nönergärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmärmär